Ich seh halt immer so ein bisschen müde aus und ich wollte einfach ein bisschen frischer halt wirken. Das war so mein Ding. Einfach, dass ich in den Spiegel gucke und sage, ja. Das sind so ungefähr fünf Jahre, die wir so herzaubern wollen, aber die reichen uns aus. Wichtig ist für mich, dass ich mich halt einfach wohlfühle.